hier ist ja schon was wo es regnet um wo wollen wir das dann ausbauen und nach oben wäre nicht doof und nach unten haben wir immer Platz aber jetzt ist es unten dann könnten wir doch den Enchantment Table woanders hin verlegen aber das sieht auch nur voll episch aus das können wir auch dann weiter runter bauen oder wir machen selber so möglich hier zum Enchantment Table und dann macht man einfach einen Gang nach drüben ja stimmt das ging natürlich auch das war einfach einen Gang rüberziehen das geht auch nicht nicht für Schaufeln weil ich hab ich hab Schaufeln hab ich hab ich hab bloß Kursspitzer geklärt ja gar nicht so ab und schafft aber es kam erst beim zweiten Mal und wisst ihr was ich gehe mal hoch mit wenn die drei Leute rumstehen und nichts tun ist das irgendwie blöd die Mutter gar nichts ich mach doch was ja aber wenn ich die ganze Zeit rumstehen und nichts tun ist das ja kann ja die Sachen schon mal herholen also ein paar Kisten Prozent ich hätte jetzt oben weitergemacht Prozent gefunden bevor das jetzt aus das war da ist das Prozent da kommt nix hin dann bauen wir in die andere Richtung aus ich gehe trotzdem mal hoch und mach da weiter ne okay ja dann lassen wir aber nur nochmal ein Bier Mist ich baue hier dann muss ich halt jede Fuhre wieder runter bringen ist ja nicht schlimm dann muss ich halt jede Fuhre wieder runter bringen da drüben geht es Richtung Höhle hier beamt sich ein Enderman durch die Gegend ist ja egal der kann uns ja jetzt nicht mehr haben und wir haben eh genug Dörr dann hol ich mir nur den Dörr mhmhmhm okay du wirst ja so ein Bofis gesteig nicht auf der linken Seite auf der linken Seite wenn man reinkommt wird auf der linken Seite ganz hin ja 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 habs alles klar um bearbeitete Sachen machen ich will nicht meinen dass das irgendwie lange dauert mit dem Stein aber das stimmt nicht das muss ja alles im Eintracht dauert lange außer sich ein kommt drauf an ich kann nicht so viel dass Minecraft bei mir rumspackt du mit deiner 32 Bit Version ich glaube ich habe sogar auch 32 Bit und bei mir läuft es flüssig und schon immer ich habe es ja auch immer flüssig gelaufen ich musste mir 64 holen weil irgendetwas nicht geklappt hat und seitdem lief es dann besser bei mir liegt es eigentlich vorher auch Ich glaube die wenig Weizen. Ich dachte schon. Ja das Feld gibt mit 10 Weizen her. Ne hätte ich aber um mich geschlagen. Also euch. So ähm, was zu Kohle oder so? Achso. Ne? Ich muss heute dazu sagen. Minecraft hat immer Kohle. Deswegen spielt man's ja. Heute können wir nicht ganz so viel aufnehmen. Ja. Ich hab nämlich nicht ganz so viel Zeit wie sonst. Kommst dann am Abend, äh, alles später nochmal an oder gar nicht? Heute, heute Abend. Ich weiß nicht ob ich heute Abend, ich glaube eher nicht. Achso, okay. Ich hab' ich noch mal gesehen. Aber das ist cool, ich bin nicht gut. Aber... Hoffentlich nicht mehr. Hoffentlich nicht mehr... ... oder was heißt... ... Creeper. größer und anders 9 eingestellt ist ein Schaden mehr machen ich habe eingestellt dass das war der Umgebung weil genau deswegen was gerade da passiert das war ja bei mir ich bin nicht mit dir so toll aber nicht wenn du die halben Stadt damit kaputt machst ich finde es lustig macht Spaß das Haus bestimmt nicht ach das stimmt nicht wahrscheinlich hat er sein Haus aus Obsidian gebaut hat er nicht aus Obsidian nein ich bin ja gut gewesen ich gucke jetzt nach wenn ich hier fertig bin wäre eine Idee gewesen müsste das mit den Zapplings das regt ja sowas von auf was denn dass sie jetzt immer wieder abspringen wie immer wieder abspringen ja also wir sind gegenüber und springen sie ab bleiben ab und nicht liegen so haben die beim Minecraft wieder richtig gute Arbeit geleistet klar wie immer ja so wie immer jetzt wieder ein abgesprungen kann ich mal und es regnet ja das stimmt und ich baue Steine ab im Regen ach Mist ich wollte doch das Collie Wanders alles macht jetzt macht er gar nichts doch ich mach unten am Lager dann kann ich aber immerhin sagen ich hab das hier größtenteils gemacht du wirst es ihm ewig vorwerfen genau jetzt hab ich ähm jetzt haben wir wieder Fasten-Stack zu essen sehr schön wieso haben wir nur zwei Kartoffeln hat die noch wer im Inventar ne ich hab nix im Inventar ich hab ja leer ausklärt bevor ich vielleicht in den Öfen vielleicht hat jemand gebackene Kartoffeln gemacht ja es kann sein und wo sind die Öfen an sowas denke ich gar nicht das war klar aber du weißt dass die Hohen nicht essbar sind ne schon dann ist ja gut immerhin ich kann nicht mehr rennen ich weiß auch wieso und deswegen geh ich wieder zum Lager so bin ich nicht weit gekommen ich dachte du bist beim Lager ja jetzt bin ich wieder beim Lager so was wieder mal rein und tage ich wieder paar Brötchen mit dem ich mich verkloppen kann und ich mache immer noch fleißig weiter umgeben von uns dann da kannst du auch runterkommen ne hört sich bei unten grad am Lager aus ne und wenn ich dann da auch noch rumstehe dann springen useless rum oh yeah ne dann das hier muss ja auch fertig werden und die Zuschauer wollen ja wie gesagt wie du schon sagst nicht permanent beim Steine kloppen hier oben zu gucken und wenn ich dann so ein bisschen was mal außerhalb der Kamera so ein bisschen machen kann dann ist das ja auch nicht verkehrt nö oh ähm hat hier wer Glas gemacht ich hab mal ja schon mal hat hier wer Stein gemacht hat hier wer ne da ist nix drin da auch nix ah die Kohle die lass ich mal da drin ne aber hier die ganzen da ist nix mehr drin ich baue das Lagerhaus und bin schon mal auf jeden Fall ganz groß aus die Diamanten und die Smaractyl die lass ich da drin die bleiben hier aber mit Eisen und Gold das bring ich mal rüber und wieder eine Ebene abgetragen oh yeah ups das kannst du auch abbauen ne falls du das schon falls du das noch nicht getan hast achso ne hab ich noch nicht ok dort oben ist aber noch richtig viel Erde seh ich so grade kannst das ja erstmal machen hehehe dann muss Kully One Earth wieder machen ne ich bin grad hier am Berke ne ich seh das von unten leider nicht ich bin auf nem anderen Teil des Berges achso oh ich seh einen Creeper wie er näher kommt ok Mist Spitzhockey kaputt nächste ich steh ach man oh heheheh du ise hat auch wieder richtig tolle Sachen gemacht schon wieder interessant ja Aber ich hätte so leuchtet nicht Spaß. Schau mal nach unten ob ich es noch größer machen soll. Also von der Breite. Die Länge ziehe ich auf jeden Fall. Wie viele Sachen willst du hier eigentlich rein bauen? Ja gut ich meine dann können wir schon mal ein größeres Lager bauen. Aber hier unten kommt doch nur Stein und Erde und ich glaube das war es eigentlich noch. Wir könnten ja das Portal noch mit hinein klatschen. Ein Portal haben wir doch. Nein das haben wir nicht mehr. Nein! Wieso? Also. Wir haben einen PC die verloren haben. Stimmt ja. Ja wie könnte man das denn machen? Also ich meine dann könnten wir es gleich hier unten rein bauen. Weil wir haben eh genug Platz. Ja schon. Da müsste es ja hier in der Mitte. Da müsste das hier in der Mitte dann hier. Ja. Ich komme auch gleich zur USA wenn ich das hier habe. Ähm. Ich glaube die USA macht das auch nur um Fame zu sein. Ja ja. Die wollen nur um Aids streamen. Ja ja. Ja schwierig mit der. Wie man das mit dem Portal macht. Weil das dann nicht voll symmetrisch ist. Das geht nicht. Eine Masse ist hier irgendwo an die Wand. Und überall anders machst du da ein Kissen hin. Gib dir auch mal gleich ein paar Kissen. Dann kannst du die, wenn du fertig bist, ein bisschen schon voll machen. Habt ihr nämlich vier Stück schon. So an die Wand jetzt. Moment. Eine Seefahrt ist lustig. Eine Seefahrt ist cool. Oh ja. Ja. Ist das wieder aufregend heute ne? Ja. Ja. So dann komme ich mal zur USA ne. Also. Achja. Die USA haben ein Gesetz gemacht. Das auf Videospiele Notsteuer ist. Ach ne. Auf die Ballerspiele. Ja. Davon habe ich gehört. Ja. Was machst du denn da? Durchschauen. Und das, und das Geld soll ja, äh, Dings gegeben werden, die den Opfern von Amok kaufen. Wir. Nein, wir. Nicht witzig. Ja. Ja ok, ich lass es jetzt. Ist super ne. Ja. Was sollen wir denn damit anfangen? Keine Ahnung. Was die damit wollen. Nein. Nein. Aus. Waff. Waff waff. Waff waff. Hehehe.